In diesem Video erkläre ich dir ein extrem wichtiges Instrument, wenn es darum geht zu manifestieren, was immer du haben möchtest, was immer du haben möchtest. Und ja, viele sagen, man kann viel erreichen, aber man kann nicht alles erreichen. Meine Erfahrung ist wirklich, du kannst so gut wie alles erreichen im Leben, was du haben möchtest. Und du kannst dich von jedem Punkt, wo du gerade stehst, wegbewegen, hin zu einem Punkt, wo du hin möchtest. Und wenn dir dieser Kanal hier gefällt, dann gib der Sache gerne hier einen Daumen hoch oder abonniere uns und dann verpasst du auch nichts mehr. Energie folgt der Aufmerksamkeit. Überall da, wo du deine Aufmerksamkeit hinlegst. Zum Beispiel auf die Dinge, wo es nicht so gut läuft und das tun die meisten Menschen, also wirklich 99% aller Menschen tun das unwillkürlich. Zum einen, weil wir es so gelernt haben, zum anderen, weil unser Gehirn uns auch schützen möchte und unser Überleben sicherstellen möchte. 99% der Menschen legen ihre Aufmerksamkeit auf die Punkte, wo es nicht so gut läuft. Und die Energie, die daraus entsteht, das kannst du mal kurz ausprobieren. Wenn du magst, probiere jetzt mal in dem Moment aus, dass du mal an was denkst, was du nicht so toll findest. Die Beziehung zu irgendeinem Menschen, wo gerade Stress ist, deine finanzielle Situation, die berufliche Situation, ich weiß nicht, wo du gerade im Moment die größte Baustelle hast. Denk mal kurz da dran und fühle mal bewusst, was du dabei fühlst und wie deine Energie ist. Wenn du halbwegs sensibel für solche Sachen bist, wirst du sofort wahrnehmen, dass die Energie eher nach unten geht. Und das ist kein Wunder. Das heißt, alles schwingt. Also alles ist in Schwingung. Und überall da, wo du eher Ängste hast, wo du Probleme siehst, das schwingt niedrig. Das hat eine niedrige Energie. Jetzt ist es aber beim Gesetz der Anziehung so, dass das, worauf du deine Aufmerksamkeit richtest, mehr wird in deinem Leben. Und wir erleben das immer wieder, dass bevor Leute zu uns ins Coaching kommen, dass uns Leute anschreiben und sagen, ja, bei mir läuft es nicht gut, ich möchte was verändern. Und dann erzählen die mir ellenlang, was nicht gut läuft. Ellenlang bis ins Detail oder schreiben das sogar auf. Und ich sage dir, du bist das Wort, was du sprichst, was du denkst. Du bist es. Das heißt, es ist deine Frequenz. Und alles besteht nur aus Frequenz und aus Schwingung. Das kannst du auch googeln, wenn du möchtest. Ja, ich habe da auch schon häufiger drüber gesprochen. Und wenn du in diese Frequenz reingehst, dann bist du diese Frequenz. Das heißt also, du bist diese Form von Energie. Und dann musst du dich überhaupt nicht wundern, wenn du mehr davon in dein Leben ziehst. Das heißt also, all das, worauf du deine Aufmerksamkeit richtest, wird mehr. Mein Rat an dich. Wenn du mehr Geld haben möchtest, wenn du eine schönere Partnerschaft haben möchtest, wenn du eine schönere Wohnung, ein schöneres Haus haben möchtest, lege deine Energie auf das Gute. Stell dir vor, du hast schon das viele Geld. Stell dir vor, du hast schon die tolle Partnerschaft. Betrachte mal deinen Partner mit anderen Augen. Guck ihn mal neu an. Stell dir vor, du wohnst in einem anderen Haus. Du legst dich abends in einem anderen Bett schlafen. Stell dir das genau vor. Und verbleibe dort drinnen. Und das ist das Rätselslösung. Die meisten gehen dann immer wieder nach kurzer Zeit zurück in das Alte und sehen dann wieder auf das Problem. Und ich, ja, es braucht viel Disziplin von dir, da immer wieder wegzugehen aus dem Alten, immer wieder hinzugehen zu dem, was du möchtest. Es zahlt sich aus, ich sage es dir. Wenn du das üben willst, es gibt bei uns ein Programm, was wir haben, gerade für die Leute, die vor allen Dingen an ihrem Mindset primär arbeiten wollen, die vor allen Dingen an ihren Fähigkeiten, bewusst tolle Sachen zu manifestieren, arbeiten wollen. Da haben wir zwei Programme im Moment und du kannst uns gerne ansprechen. Das richtet sich an jeden und ich sage es dir, du kannst so viel mitnehmen, du kannst dein Business so sehr verbessern, du kannst dein ganzes Leben so sehr verbessern, auch die Gesundheit, auch die persönlichen Beziehungen, alles. Glaub es mir und du kannst es lernen, jeder kann es.